8.09.2023 Sanitas begrüßt als erste Krankenversicherung der Schweiz Interessierte im Metavers. Die Krankenversicherung Sanitas lanciert einen interaktiven Experience Space im Metavers. Besucherinnen und Besucher können dort die Gesundheitspartnerin in einer virtuellen Umgebung kennenlernen und erleben. Den ganzen Bericht von Sanitas finden Sie auf unserer Webseite aktuellenews.tv Music Loft Acoustic Festival Im altehrwürdigen Theater Neuwiesenhof einen Abend lang Schweizer Popmusik entdecken. Komplett akustisch Sich von neuer Schweizer Musik inspirieren lassen Den ganzen Bericht vom Music Loft Acoustic Festival finden Sie auf unseren Webseiten aktuellenews.tv und eventkalender.ch Am 8.09.2023 wurden 175 Firmen in der Schweiz gegründet, davon 33 Firmen in der Region Zürich, 23 Firmen in der Region Watt und 17 Firmen in der Region Bern. Mehr Informationen über Firmenneugründungen und Firmenlöschungen finden Sie auf unserer Webseite handelsregister.tv Publizieren Sie Ihre Medienmitteilungen, Events, kulturelle Veranstaltungen, politische Kundgebungen auf den Newsportalen und über unser Online-TV. Steigern Sie Ihre Reichweite Für weitere Fragen kontaktieren Sie uns auf www.aktuellenews.info oder unter der Gratis-Telefonnummer 0800-Search Sie finden uns auf YouTube unter help.tv oder auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook oder Instagram unter handelsregister.tv Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.aktuellenews.de